Ich sehe jetzt keine Möglichkeit, die irgendwie zusammenzufügen. Na gut. Dann müssen wir erstmal noch ein bisschen warten. So, wir sehen, alle haben ein bisschen weniger Leben. Beziehungsweise das Schild Maximum wurde schlichtweg erhöht. Oh, jetzt fehlt uns die Lithium. Surprise! 400 bräuchten wir. Schildsbau abgeschlossen. Unzureichende Ressourcen. Wir benötigen Regeneration. Mr. Data, setzen Sie Kurs auf die nächste Reparaturstation. Alle Stationen, Bericht. So, dann bau doch mal du hier oben. Unzureichende Ressourcen. Zwei Schiffchen. Öha. Nicht-assimilierte Spezies wird angegriffen. Das Projekt wird angegriffen. Mr. LaForge, leiten Sie die Hilfsenergie in die Antriebe um. Alle Stationen, Bericht. Wir benötigen den Kollektiv. Zu gefehlen. Wir benötigen Angriff. Zu gefehlen. Wir benötigen Angriff. Schildsbau abgeschlossen. Alle Stationen, Bericht. Mr. LaForge, leiten Sie die Hilfsenergie in die Antriebe. Tja, das sieht ja jetzt gar nicht mal so gut, aber jetzt wissen wir, was unser Assembler jetzt zu tun hat. Wir brauchen nämlich definitiv noch ein paar Torpedogeschütze. Aber die machen wir ein bisschen weiter unten, dass die auch mal im Zweifel ein bisschen in Reichweite unserer eigenen Basis sind. Nicht immer so am Arsch der Welt. So, dich brauchen wir nicht mehr. Lässt dich mal demontieren. Wir dienen dem Kollektiv. Wir sind eins. Sind unterwegs. Schildsbau begonnen. Äh, hatte ich hier nicht? Ach, da unten seid ihr. Instruktionen erhalten. War jetzt schon ein bisschen irritiert, weil ich dachte, die kommen oben raus. Wir dienen dem Kollektiv. So, wie schaut's hier aus? Du bist noch nicht ganz fertig, okay. Nicht-assimilierende Spezies wird angegriffen. So. Dann erstmal die Schilde weiterpushen. Und zu reichende Ressourcen. So, Feuer frei, ihr Lieben. Ach, guck an, ich hab das Vero verloren. Hab ich ja gar nicht mitbekommen. Aktivieren alle Alkohol. Wir werden uns fügen. Aktivieren alle Alkohol. Schildsbau begonnen. Also so, dann einmal Gas geben und einmal das Geschütze erledigen und gucken, was da sonst noch so in der Nähe ist zum Ze... Oh, da sind ja einige Geschütze. Wir geben uns zum Gitter. Nicht-assimilierende Spezies wird angegriffen. Wir geben Angriff. Und das war's auch mit unserer letzten Sphäre. Danke fürs Mitspielen. So, warte mal, ich muss ja hier den... Weil, bringt der... Der bringt eigentlich gar nichts gegen die. Soll ich den dann überhaupt erforschen? Ich meine, das kostet ja doch einiges. Andererseits, ich sehe gerade, wir haben sehr viel Metall übrig. Wo ist denn unser Recycler da? So, wir haben mal ein bisschen was umgewandelt. Dann lassen wir doch lieber noch zwei, drei Diamond-Schiffe bauen. So, ich überlege gerade, will ich schon vordringen und wenn ja, in welche Richtung? Machen hier erstmal noch ein, zwei Torpedo-Geschütze hin. Ziel erhalten. Wir sagen, wir können ja hier schon mal in westliche Richtung. Sagt er und wurde angegriffen. Nicht-assimilierende Spezies wird angegriffen. Assimilieren das Schiff. So, geht doch. Und du, mein Lieber, baust jetzt mal das Transwarp-Tor. Machen wir da hin. Aber vielleicht sollten wir dann hier noch einen weiteren Nexus hinsetzen, dass das Transwarp-Tor auch genug Schutz hat. Und da wir ja... Ah, warte mal, die Schilde sind fertig, sehe ich gerade. Ne, doch nicht. Die sind immer noch dabei zu regenerieren. Oh Mann. Okay, die brauchen dann wohl noch ein bisschen. So, das sieht doch aus wie ein Gravitationsfeld. Erwarten neue Ziele. Yes. Und der ist sogar bevölkerbar. Das ist sehr schön. Dann machen wir das auch mal. Schlitzbau begonnen. Verlegen Position. Stationsbau abgeschlossen. Das Kollektiv versachsen. Dann noch ein weiteres Geschütz. Wir werden uns fügen. Schlitzbau abgeschlossen. Zu Befehl. Aktivieren alle Alkoholen. So, dann einmal dahin bitte. Und den Planeten bevölkern. Nicht assimiliertes Spezies wird angegriffen. Ziel erhalten. Ja, hat nicht ganz geklopft. Egal. So, dann die Waffen. Bei dem machen wir den Ultrium-Ausstoß. So, und du darfst gerne mitschießen. Dankeschön. Sehr nett. Ich finde es lustig, dass die auch die Schildverbesserung kriegen. Aber gut, ich meine, das sind ja alle unsere Einheiten. Von daher macht das ja schon irgendwo Sinn. Aktivieren alle Alkoholen. Verhandlungen sind gerne. So, eine Diamond bauen wir noch. Das heißt, wir können danach gerne wieder mit Kuben weitermachen. Aktivieren alle Alkoholen. Zu Befehl. Assimilation des Lariten abgeschlossen. Stationsbau abgeschlossen. Wir benötigen Regeneration. Dann haben wir hier mal ein paar weitere Larrys. Zu Befehl. So, das brauchen wir nochmal für einen Nexus 2000 jeweils. Okay. Das Projekt wird angegriffen. Das Projekt wird angegriffen. Wir werden uns anpassen. Und alle weggeklatscht. So, wie es sein sollte. Hach, ich mag das. Und man, das Transporter, das dauert auch. Ich meine, wahrscheinlich ist es auch mehr als gerechtfertigt. Weil es eine ziemliche Macht sein dürfte. Aktivieren alle Alkoholen. Wollen wir dich hier hinsetzen? Weil von da kommen viele Angriffe. Andererseits ist es hier rechts mehr oder weniger schutzlos. Warte mal, weißt du was? Wir machen das so, du bist demontiert. Und wir setzen dich dann hier hin. Das sollte passen. Hoffe ich zumindest. Ich bin mal optimistisch. So. So, what next? Computer überlaufen. Ne, ich würde sagen, die Schildremodulation sollten wir machen. So, wir denn genug Lithium hätten, was leider nicht der Fall ist. Und der Mond, der sieht auch aus, als wäre der ziemlich ausgelutscht. Deswegen müssen wir mal langsam aber sicher in Gegenden vordringen, die nie ein Borg zuvor gesehen hat. Wir werden uns anpassen. Zumindest nicht in dieser Mission. Wir werden uns anpassen. Wir sind in einem gefährlichen Nebel eingetreten. Wir gehen uns zum Sektor. Ein weiterer Delizium-Hund. Ja, den habe ich gesucht. Quasi. Aktivieren alle Alkohol. Zu Gefehl. Ich hatte doch vier Assembler. Stimmt. Einen habe ich ja schon recycelt und zwei sind noch hier. Schild zur Demontage bestimmt. Nicht assimilierte Spezies wird angegriffen. Zu Gefehl. So, hier hinten. Das sieht aus wie ein Gravitationsfeld. Oder ein Nebel. Nein, das dürfte ein Gravitationsfeld sein. Und du, mein Lieber, konntest mal ein bisschen weiter in Sicherheit stehen. Ich glaube, das ist auch wieder... Nein, ein Klasse M-Planet. Nice. Das Kollektiv muss wachsen. Ziel erhalten. Schildsbau abgeschlossen. Zu Gefehl. Zu Gefehl. Wir geben uns zum Gitter. Wir setzen Position. Was war das denn jetzt gerade? Mein Gott, du bist doch in Reichweitern. Schieß doch auch. Wir dienen dem Kollektiv. Zu Gefehl. Nicht assimilierte Spezies wird angegriffen. Assimilation des Klamischen gewonnen. Wo werden wir gebraucht? Genau, du bleib einfach mal da stehen. Das wird aber sehr langsam repariert. Das dauert auch noch ein wenig. Wir dienen dem Kollektiv. Zu Gefehl. Auf dem Weg. Zusätzliche Technologien werden erforscht. Unzureichende Drohnen. So, das Transformator steht. Assimilation des Planeten abgeschlossen. Highlight. Wir dienen dem Kollektiv. Wir dienen dem Kollektiv. Wir dienen dem Kollektiv. Aber gut, das Ding ist, glaube ich, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, auch ziemlich okay. Zusätzliche Technologien werden erforscht. Ziel erhalten. Wir dienen dem Kollektiv. Kollektiv. So. Schissbau begonnen. Unzureichende Drohnen. Bin ich hier langsam auch mal fertig? Okay, hier bin ich fertig. Sehr gut. Ich habe gerade überlegt, macht das Sinn, das zu erforschen? Kostet ja nicht viel, aber andererseits haben die, glaube ich, gar keine getarnten Schiffe. Deswegen ist es auch irgendwie witzlos. Schauen wir mal, ob da hinten in der Ecke noch was lauert. Das wäre doch mal eine spannende Frage. Ach, nur ein bisschen Nebel. Na gut. Wir dienen dem Kollektiv. Unzureichende Drohnen. Ja, keine Sorge. Sobald ich hier endlich mal fertig bin, mit dem Nachstuffen, dann wird das schon passen. Nicht in den roten Nebel reinballern, bitte. Danke, die Damen und Herren. Aktivieren alle Alkohlen. Zu Befehl. Was macht hier die Forschung? Ach, die dauern noch. Okay. Fehlt mir gerade noch irgendein Gebäude. Ich schaue nochmal kurz. Den Recycler haben wir. Dich haben wir. Dich haben wir. Haben wir den Technologie-Assimulator? Ja doch, haben wir hier. Aktionsbau abgeschlossen. Aktivieren alle Alkohlen. Wir setzen Positionen. Also, du wirst dann gleich mal direkt hier hinten weitersammeln. Schiffsbau begonnen. Ach, wer kam denn da zum Spielen? Ja, Mensch. Wo werden wir gebraucht? Nicht als in den bestehendsten Verleihungen. Ach, guck an. Du kommst doch bis da hinten hin. Schön. Ich habe eindeutig hier hinten zu wenig Feuerkraft. Manchmal habe ich den Eindruck, die Torpedogeschütze der Borg sind gar nicht so heftig. Oder habe ich einfach bei den letzten Missionen, wo ich nicht mit Borg gespielt habe, deutlich mehr Torpedogeschütze gebaut? Ich glaube, ja, ne? Unzureichende Ressourcen in diesem Gitter. So, Dermot ist alle. Sehr schön. Dann kannst du nämlich auch mit hier hinten mitsammeln. Instruktionen erhalten. Aktivieren alle Alkohlen. Wir gehen uns zum Sektor. Oha, nicht gut. Nicht assimilierte Spezies wird angegriffen. Ja, aber eher ein Schnellweg, mein Freund. Bleib weg von meinem Planeten, Freundchen. Aktivieren alle Alkohlen.